Das weltweit erstmalig in einem Vierzylinder TSI eingesetzte aktive Zylindermanagement ist die neue, wegweisende Technologie von Volkswagen für dynamischen Fahrspaß und niedrigen Kraftstoffverbrauch. Entsprechend dem Leistungsbedarf des Motors werden zwei Zylinder ab- bzw. zugeschaltet. Die Zylinderabschaltung findet Anwendung im Drehzahlbereich von 1400 bis 4000 Umdrehungen pro Minute und im Lastbereich von 25 bis 75 Newtonmeter. Sie führt zu einer durchschnittlichen Reduzierung des Normverbrauchs von 0,4 Liter auf 100 Kilometer. Äußerlich unterscheidet sich der Motor mit Zylinderabschaltung von seinem leistungsgleichen Basismotor durch Aktuatoren, die auf der Zylinderkopfhaube angebracht sind. Über den Zahnriemen und den Phasensteller werden die beiden gebauten Nockenwellen betätigt. Sie haben eine äußere Längsverzahnung. Auf dieser sind sogenannte Nockenstücke, innen ebenfalls mit einer Längsverzahnung versehen, montiert. Die Verzahnung der Bauteile lässt eine axiale Verschiebung der Nockenstücke von Zylinder 2 und 3 auf der Ein- und Auslassseite zu. Es sind zwei Nockenkonturen pro Ventil vorhanden, wovon eine Nockenkontur einen durchgängigen Grundkreis aufweist. Über einen Rollenschlepphebel wird die Nockenkontur auf das Ventil übertragen. Der Verschiebemechanismus wird jeweils durch einen Doppelaktuator pro Nockenstück in Gang gesetzt. Mit einer Schaltzeit von 11 Millisekunden spurt ein Pin des Doppelaktuators in einen Schneckentrieb der Schaltkulisse, die mit dem Nockenstück verbunden ist, ein. Das Nockenstück wird in der Grundkreisfase vom Voll in den Nullhub verschoben. Die Ventile und damit die Brennräume bleiben geschlossen. Die Kraftstoffeinspritzung in den Zylindern 2 und 3 wird zeitgleich abgeschaltet und sie laufen unbefeuert mit. Die Zylinderabschaltung ist jetzt aktiv. Die Zylinder 1 und 4 werden jetzt in einem höheren Lastbereich betrieben. Geringere Ladungswechselverluste und ein damit gesamtheitlich höherer Wirkungsgrad des Motors sorgen im Teillastbetrieb im Stadtverkehr, auf der Landstraße oder bei Autobahnfahrten bis 130 kmh für einen bis zu 20% geringeren Kraftstoffverbrauch. Bei einer erhöhten Lastanforderung an den Motor, zum Beispiel in Beschleunigungsphasen, werden innerhalb von 1,5 Nockenwellenumdrehungen die ruhenden Zylinder auf die gleiche Weise wieder hinzugeschaltet. Die Umschaltungen erfolgen für den Fahrer absolut unmerklich. Volkswagen führt das aktive Zylindermanagement zum ersten Mal in Großserie bei einem direkt einspritzenden Vierzylindermotor ein. Money exchange www.kw.radios.com